Daten sind ein wichtiger Teil von uns. Wir definieren sie und sie definieren uns. Und wenn wir die Hoheit über unsere Daten an Dritte aufgeben oder abgeben, dann geben wir auch einen Teil von uns ab oder auf. Das ist meine feste Überzeugung und genau deswegen versuche ich, so wenig wie möglich von meinen Daten im Internet preiszutun. Das mag jetzt ein bisschen widersprüchlich klingen, weil ich halt eine Influencerin auf YouTube bin und auch in den Social Media Netzwerken unterwegs bin. Aber dem ist so und das nehme ich wirklich sehr, sehr ernst. Und von euch bin ich jetzt schon mehrfach darauf angesprochen worden, was es denn mit diesem Gerät hier auf sich hat. Genauer gesagt mit diesem Teil hier. Und das werde ich euch in diesem Video erklären, was das für ein Gerät ist, wie man das Gerät installiert, wie ihr ja auch an so einen Teil rankommt und wie das funktioniert. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Mekoramare. Das war jetzt ein sehr mysteriöses Intro und ich löse mal gleich hier auf, um was für ein Gerät es sich hier handelt. Die Hülle mache ich mal ab. Und im Grunde genommen ist es ein Google Pixel 4a. Das ist ein recht altes Gerät, ja. Und jetzt wird jeder sagen so, hey, Moment mal, ein Google Pixel ist aber jetzt nicht irgendwie ein mysteriöses Teil. Nein, nein, an sich nicht. Von der Hardware her ist es ein Standard-Google-Phone. Das Interessante ist nicht die Hardware, sondern die Software, die draufläuft. Und da läuft bei mir, ihr seht schon, das sieht so ein bisschen hackermäßig aus, fast schon. Also, obwohl ich jetzt nicht wirklich eine Hackerin bin, ich bin Softwareentwicklerin eigentlich vom Beruf her. Aber da ist ein Betriebssystem namens Grafino S drauf. Und der ein oder andere, der sich schon mal mit Datensicherheit so ein bisschen beschäftigt hat, auch gerade in Bezug vielleicht auf Smartphones, bei dem werden jetzt die Alarmglocken läuten, denn das ist das Betriebssystem, was zum Beispiel mal auch jemand wie Edward Snowden nutzt. Und er würde jetzt noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, okay, bevor ich das Handy überhaupt mal da eine Software drauf installiere oder überhaupt mal einschalte, löte ich erstmal die Mikrofone raus. Da ich aber mit dem Ding telefonieren möchte, ist das eine schlechte Idee. Deswegen spare ich mir jetzt den Schritt und meine Lötkenntnisse wisst ihr, alle sind nicht so gut, dass ich jetzt mir alles zutrauen würde, hier so ein SMD-gelötetes Mikrofon von der Platine zu löten. Muss nicht sein. Nein, mir reicht es aus, wenn ich auf dem Gerät ein Grafino S drauf habe. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt so, was ist denn der Unterschied zwischen Grafino S und einem Android-System? Nun, Grafino S ist erstmal ein Android-Betriebssystem. Das heißt also, es hat die Grundlage, die gemeinsame Open-Source-Grundlage, nämlich das AOSP, das Android Open-Source-Projekt, als Fundament für das Betriebssystem. Das heißt also, das Standard-Stock-Google-Android-Betriebssystem, was auf den Handys drauf ist, wenn ihr die Dinger kauft, ist die gleiche Basis wie bei diesem Betriebssystem. Der Unterschied ist nur, bei Grafino S sind sämtliche Google-Services aus dem Betriebssystem rausgeschnitten. Das heißt also, man hat im Code dafür gesorgt, dass es keinen Google-Play-Service gibt, dass es keinen Google-Map-Service, kein Android-Auto und sonst irgendwas gibt, keine Google-Wallet und sowas in der Richtung. Das sind alles Services, die möchten wir auf dem Gerät erstmal nicht haben, weil, und jetzt kommt der große Unterschied zwischen dem hier und einem normalen Android-System, diese Services lassen sich nämlich ab Werk nicht kontrollieren. Das heißt, man kann nicht einstellen, okay, du darfst mir Benachrichtigungen senden, du darfst nach Hause funken, du darfst aufs Internet zugreifen, auf die Kontakte etc. etc. Das ist ein wichtiger Punkt. Man kann auf solchen Geräten mittlerweile Google-Play-Services nachinstallieren über einen bestimmten Installer und dann werden diese Gesandbox auf dem Betriebssystem nochmal nachträglich installiert. Der Unterschied ist wie gesagt, dass man dann aber kontrollieren kann, auf was die App alles Zugriff hat. So ähnlich wie es bei Apple der Fall ist, ich habe natürlich auch noch ein iPhone, weil das immer so mir vorgehalten wird, hey, du beschwerst dich über Datensicherheit bei 3D-Druckern, nutzt aber ein iPhone, ja, tue ich. Aber in diesem iPhone ist keine SIM-Karte drin. Das bedeutet, dass hier im Prinzip der Datenverkehr nur über dieses Gerät hier stattfindet. Und wenn ich dieses Gerät ausschalte, ist hier auch Funkstille. Und das Schöne ist halt, dass man in Apple auch sagen kann, von Werk ab, okay, die und die App oder der und der Service darf das und das machen. Das geht bei Android, bei den ganz normalen Android-Installationen, die ihr von eurem Pixel kennt oder aber auch von Samsung und Co. kennt, nicht. Das heißt, also ich kann nicht sagen, keine Ahnung, bei einem Samsung-Gerät, okay, von der Samsung-Software, hör mal auf, mir Notifikationen zu schicken oder hier Google Play, hör mal auf, mir Notifikationen zu schicken, möchte ich gar nicht. Das geht aber dann mit so einem Graphene OS. Das ist schon mal der erste Punkt, den ich schon mal ziemlich gut finde. Natürlich hat man dann auch Abstriche, die man mit solchen Geräten machen muss. Und zwar, ganz einfach, Google Maps und die ganzen Services funktionieren logischerweise nicht drauf. Das heißt also, ich kann zwar die Webseite YouTube zum Beispiel mal drauf aufrufen, aber die App für YouTube oder auch das YouTube Studio, wenn ich mir die installiere, über einen anderen Store, wie zum Beispiel Aurora oder Astroid oder wie sie auch alle heißen, funktioniert einfach nicht. Die App für mein Auto, dass ich mein Fahrzeug quasi steuern kann, funktioniert auch nur bedingt, weil dort natürlich auf den Google Pixel Geräten logischerweise auf die Google Maps Services zugegriffen werden. Das bedeutet, die funktionieren auch nicht. Und jetzt kommt der Punkt, wie ich die Geräte nutze. Ich habe hier drauf meine Kontakte und telefoniere hier drüber und mache Sachen, die privat sind, die keinem was angehen. Weder Google noch Apple noch sonst irgendwen und das lasse ich auch da drauf. Das bedeutet aber auch, dass ich auf meinem iPhone hier andere Sachen machen kann. Das bedeutet, ich habe hier YouTube Studio drauf, ich habe hier die YouTube App drauf, ich habe hier mein Telegram und mein Signal drauf. Ich habe kein WhatsApp drauf. Ich habe keinen Facebook Messenger drauf. Ich habe kein Instagram drauf. Instagram kann ich die Fotos auch mittlerweile über die Webseite hochladen. Das heißt also, ich kann mir das drauf sparen. Ich habe auch keinen TikTok drauf. Ich habe nicht meinen TikTok Account. Ich habe auch keine Facebook App oder sonst irgendwas drauf. Ganz einfach, weil ich sage, das sind mir Anwendungen, die mir zu viel auf dem Gerät versuchen mitzuhören. Erinnert ihr euch noch am Anfang, dass Edward Snowden gesagt hat, okay, er lötet erst mal die Mikrofone von der Platte ab? Ja, genau deswegen habe ich die Apps nicht drauf installiert. Klar, es kann bei anderen Apps immer wieder der Fall sein, aber gerade diese Apps sind sehr prädestiniert dafür, einfach immer wieder Schlupfwege zu finden, um dann da irgendwo vielleicht nochmal Daten abzugreifen. Und das möchte ich einfach nicht. Deswegen lasse ich diese Apps komplett runter. Das ist mir bewusst, dass zum Beispiel mal bestimmte Apps auch verlangen, dass man Zugriff auf den Kalender oder auf die Kontakte oder so irgendwas hat. Deswegen habe ich auf diesem Gerät keine Kontakte, sondern die sind hier drauf. Ich habe das Gerät auch nicht erst seit gestern. Das heißt also, ich habe mir das nicht gerade schnell im Laden gekauft. Ihr seht, die Hülle sieht schon ziemlich verranzt aus. Es ist ein Pixel 4a und ich habe mir das damals gekauft, da war es noch ein bisschen aktueller. Das war vor vier, fünf Jahren. Und da habe ich dann wirklich auch angefangen, das Ding einzurichten. Ganz am Anfang, die ersten ein, zwei Monate hatte ich noch eine betriebliche Nummer, sage ich mal so, als ich noch freiberuflich in der Softwareentwicklung unterwegs war. Da hatte ich erst ein Blackberry und dann dieses Gerät hier, wo ich dann die Nummer draufgepackt habe. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, die geschäftliche Nummer brauche ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich auch mit der Softwareentwicklung so weit aufgehört habe. Und dann habe ich hier meine private Nummer draufgepackt und habe angefangen, quasi den Datenverkehr vom iPhone hier auf das Google Pixel zu leiten. Einfach, weil ich dann sage, okay, ich habe hier physisch gesehen eine Sandbox, wo ich, naja, die ganzen Social Media Interaktionen machen kann, die ich möchte. Ja, und meine, was weiß ich, auf der Webseite mal bei Instagram was gucken kann oder auch mal irgendwas anderes mir angucken kann im Internet. Das mache ich aber nicht hier drauf. Erstens ist der Bildschirm dafür ein bisschen zu klein und nicht so schön wie beim iPhone. Und zum anderen habe ich dann aber auch hier nicht die Gefahr, dass die Daten jetzt irgendwie sich hier mit den Kontaktdaten verknüpfen oder so aus Richtung. Auch ein wichtiger Punkt war für mich, okay, iPhone, warum ein iPhone als Zweitgerät, das ich so zum Konsumieren nutze im Prinzip? Ganz einfach, weil die Kamera besser ist als das Google Pixel. Ist einfach so. Also klar, die Google Pixel 8 Kamera hier von dem Handy, das ist jetzt das neueste Gerät, was ich habe, hat natürlich schon stark aufgeholt. Aber ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, einfach, in bestimmten Dingen kann die Kamera mit der Kamera vom iPhone noch nicht mithalten. Und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, vielleicht schon, ich weiß es nicht genau, aber auf der Form Next letztes Jahr, als meine Kamera den Geist aufgegeben hat, haben wir mit dem Ding hier weiter gefilmt. Heißt also Festplatte hinten dran, Stecker rein, fertig. Würde ich jetzt keinen Content kreieren, würde ich vermutlich auf das iPhone auch noch in der Hinsicht verzichten und mir lieber auf den Pixel dann entsprechend einen anderen User anlegen. Denn das ist die Schönheit von so einem System, dass man damals ein Multiple-User-System eingebaut hat, das dem von Linux ähnelt beziehungsweise auf dem von Linux aufbaut. Und das finde ich ganz schön, weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier Benutzer A habe, der zum Beispiel die ganzen Kontakte vorrätig hält und hier Benutzer B mit den ganzen Google-Services oder mit, was weiß ich, Facebook und den ganzen Social-Media-Apps, dann habe ich den Vorteil, ich kann hier konsumieren und habe hier meine Kontaktdaten. Die Kommunikation untereinander ist in der Hinsicht nicht gegeben. Das heißt also, die Apps von der Seite hier können nicht hier auf den Nutzer zugreifen und auf die Daten dazugreifen. Nicht einmal die Fotos, die ich mit dem Benutzer mache, können hier geteilt werden. Das ist ein Sicherheitsfeature, was ich bevorzuge, wie ich gerne lebe, wie ich gerne meine Daten rausgebe. Ich weiß, es gibt einige Leute da draußen, die sagen, ach, das ist mir alles egal, ich habe mein iPhone oder ich habe mein Android und da habe ich das ganz normale Standardbetriebssystem drauf und ich teile die Daten gerne und dann sollen sie es auch wissen. Das ist vollkommen okay. Ich mag niemanden vorverurteilen. Aber ich persönlich mag es lieber, wenn meine Daten hier drauf bleiben und auch nur hier drauf bleiben und nicht irgendwie durch die Weltgeschichte gehen. Man kann das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter treiben, kann sagen, okay, man packt hier noch eine Nextcloud dran, das können wir uns auch gerne mal angucken und packt dann die Fotos und die Videos und die Kontakte und alles drum und dran auf die Nextcloud. Das ist der nächste Schritt, denn wir haben über die Familie momentan noch viel zu viel in der iCloud drin. Das wird auch nochmal auf die Nextcloud wechseln, einfach weil es bisher war es bequem und die Familie halt an Nextcloud zu gewöhnen ist ein bisschen schwierig, aber das wird definitiv der nächste Schritt sein. Genauso wie wir von WhatsApp oder iPhone Messenger zu Telegram gewechselt sind und dann dort arbeiten und dort ein bisschen mehr Datensicherheit genießen. Das ist ein langer Weg, das ist auch ein bisschen ein steiniger Weg, ein bisschen unbequemer Weg, aber es funktioniert ziemlich gut. Jetzt habe ich euch aber versprochen, dass ich euch zeige, wie ihr das Gerät installiert und wie ihr es nutzen könnt. Und das ist ganz einfach eigentlich, das ist gar nicht Schlimmes. Ihr geht einfach erst einmal, ich muss hier mal ganz kurz die Pin eingeben, übrigens das ist das alte Gerät, das wird danach abgeschaltet, weil ich es einfach nicht mehr benutze, das geht dann halt an eine Bekannte, die gesagt hat, okay, das ist mir jetzt egal, ich brauche kein neues Gerät, das reicht mir vollkommen aus und dann gehen wir hier einfach runter und zwar über dieses Phone oder About the Phone und dann scrollen wir wieder ganz runter und da unten sehen wir eine Build Number und diese Build Number, diese Baunummer von der Software, da tippen wir jetzt mehrfach drauf, ich glaube achtmal insgesamt, das kriegen wir auch angezeigt, wie oft wir drauf tippen müssen, damit der Entwicklermodus freigeschaltet wird. Wenn dieser Entwicklermodus freigeschaltet ist, haben wir unter dem Menüpunkt System in den Einstellungen einen Developer Options Bereich und in diesen Bereich können wir reingehen und da sehen wir, okay, wir machen jetzt hier mal OEM Unlocking, das heißt also, wir können den Bootloader entsperren oder sperren, so wie wir es möchten und dann können wir auch hingehen und die Firmware flashen oder routen oder ein Custom ROM aufspielen oder wie man es auch nennen möchte. Das ist sehr wichtig. Ein wichtiger Punkt, der bei Graphene OS zum Beispiel mal umgesetzt ist oder auch bei anderen Betriebssystemen, es gibt neben Graphene OS noch andere Betriebssysteme wie zum Beispiel Calix OS, EOS, Lineage OS und wie sie alle heißen, es gibt da mittlerweile sehr, sehr viele, die einfach die Google-Services komplett rausgestrippt haben. Ihr müsst einfach nur mal bei Google nach die Google Phone suchen. Ein Vorteil ist zum Beispiel mal bei Graphene OS, dass man dann diesen Bootloader mit dem OEM Unlocking auch wieder sperren kann. Das heißt also, es ist nicht möglich, wenn das Gerät geklaut wird, dass man einfach eine normale Firmware drüber spielt, sondern die bleibt dann erst mal drauf. Ein Nachteil ist, dass Graphene OS lediglich mit Google Pixel-Geräten funktioniert. Ich weiß, es ist schon ein bisschen ironisch, aber sei es drum, ich habe mir dann einfach eins von diesen noch recht günstigen Geräten doch mal besorgt damals und ich muss sagen, das hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Wir müssen also hier den OEM Unlocking aktivieren und wir müssen natürlich das USB-Debugging deaktivieren. Er warnt uns jetzt hier, okay, das kann natürlich potenzielle Schwachstellen aufrufen und dann schließen wir das Gerät ganz einfach über ein USB-Kabel, bei mir jetzt hier ein USB-C-Kabel, einfach an den Rechner an, gehen auf die Webseite graphene.os.org. Kleiner Hinweis hier nochmal, das funktioniert nicht in jedem Browser. Ich würde hier einen Chromium-basierten Browser empfehlen. Das heißt also, bei mir ist jetzt der ARC-Browser. Ihr könnt aber auch einen Google Chrome nehmen, ihr könnt aber auch den Microsoft Edge, glaube ich, der ist mittlerweile auch Chromium-basiert oder ein was weiß ich, wie die alle heißen mittlerweile. Einfach einen nehmen, der als Grundlage das Google-Chromium-System hat und dann seid ihr in der Hinsicht eigentlich good to go. Wenn das nicht funktioniert, probiert nochmal einen anderen Browser aus, aber normalerweise sollte das funktionieren. Wenn ihr euer Gerät dann mit dem Computer verbunden habt und das soweit auch abgenickt habt, dass das okay ist, dass da eine Kommunikation stattfindet, bei mir hier auf dem Mac ist das noch so der Fall, dass er nochmal fragt, darf denn der Mac mit über USB mit dem Gerät kommunizieren? Dann sage ich, ja, okay, erlaubt das und dann sage ich, okay, unlock mir doch mal den Bootloader. Ich starte das Gerät neu, drücke hierbei dann, wenn ich das Gerät neu starte, die Lautstärke nach unten taste, also die Lautstärke verringern Taste und dann geht der mir automatisch in den Bootloader rein. Und wenn ich das verbunden habe, dann kann ich sagen, okay, ich entsperre den über die Webseite von Graphene OS und kann dann das passende ROM direkt über die Webseite vollautomatisch vorunterladen, da brauche ich gar nichts auswählen, was für ein Gerät ich habe, sondern das sucht er sich automatisch raus und wenn das runtergeladen ist, kann ich sagen, okay, installier mir das und am Schluss müssen wir natürlich nochmal hingehen und müssen den Bootloader nochmal sperren. Und das war's. Mehr ist es nicht, ihr könnt dann nochmal hingehen, wenn ihr im Gerät seid, geht nochmal in den Einstellungen hin, deaktiviert das USB-Debugging, außer ihr seid jetzt Entwickler und sagt, okay, ich möchte gerne nochmal eine Android-App entwickeln, die ich da drauf testen möchte, dann könnt ihr es natürlich aktiviert lassen und ich sage nochmal, das OEM-Unlocking wird auch nochmal entsprechend aktiviert, dann sagt er mir, okay, ich muss neu starten, die Entwickleroptionen deaktiviere ich auch und dann starte ich einmal neu und habe dann erstmal so einen Bootscreen, da braucht man nichts zu machen, der geht gleich in den Loader rein, wo er dann Grafino S anzeigt, erstmal Google und dann Grafino S, aber dann weiß ich, okay, ich habe jetzt hier ein Grafino S drauf und das Handy sieht erstmal von der Oberfläche her komplett spartanig aus, schwarzer Hintergrund, es ist nur die, das Nötigste an Apps installiert, also eine Kamera-App, eine Image-App, also eine Galerie-App, eine Telefon-App, eine Message-App und mehr nicht. Den Rest müsst ihr alles komplett von Werk ab selbst installieren, am Anfang von ein paar Jahren war es noch wirklich beschwerlich mit mehreren SIMs zu hantieren, das war gerade bei uns hier in der Zeit, wo wir umgezogen sind in die Schweiz und ich eine Schweizer und eine deutsche Telefonnummer hatte ein Problem, ganz einfach deswegen, weil wenn ich das Gerät hier einmal in den Flugmodus gepackt habe und wieder rausgenommen habe, war die eSIM quasi weg, das heißt also, es war für mich ein No-Go, das Ding irgendwie mit eSIM zu betreiben, deswegen hatte ich dann ursprünglich auch erstmal das iPhone gehabt und hier dann entsprechend die Schweizer Nummer drauf, das heißt das iPhone war das deutsche Gerät, das hier war das Schweizer Gerät, aber mittlerweile habe ich nur noch die eine Nummer und die läuft darüber beziehungsweise über das neue Gerät, das hier geht dann demnächst weg und das ist halt die Schönheit von solchen Geräten und von solchen Betriebssystemen, man kann wirklich komplett kontrollieren, was an Daten rausgeht, man muss es nicht immer über sich ergehen lassen, dass man komplett ausgesaugt wird an Daten, es gibt Möglichkeiten sich dagegen zu wehren und wenn man diese Möglichkeiten hat, dann nutze ich diese auch gerne und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr gerne bei uns im Discord nochmal danach fragen, da helfe ich euch gerne und in diesem Sinne, wenn es euch weiter geholfen hat oder euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, ihr könnt ja mal unten in die Videobeschreibung schreiben, was für ein Handy und was für ein Betriebssystem ihr nutzt und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal nochmal abonniert, Hodl's the line, happy printing und ciao. Bis zum nächsten Mal.